Musik Wir sind hier am Berghotel Eisenacher Haus. Mein Name ist Sascha Sücker, ich gehöre zu der neuen Betreiberfamilie. Wir versuchen hier wieder ein bisschen Lehm einzuhauchen im Mittelpunkt der Rhön, an einem schönen Ort und tun da unser Bestes. Wir haben dieses Haus gesehen und wir haben uns vor allen Dingen auch in die Rhön, in die Landschaft hier verliebt und haben auch gar nicht mehr groß nachgefragt und haben kurzerhand beschlossen, wir machen das. Was ist so schön hier in der Rhön? Ich sage einfach nur mal den Sonnenuntergang, um am Noahs Segel zu sehen und das reicht. Also wir sind ganz speziell für Wanderer, weil hier treffen sich die großen Wanderwege. Oben haben wir schöne Familienzimmer, wo dann auch Familien mit kleinen Kindern, Hunde können rein. Wir haben zwei Restaurants, wir haben einen schönen Biergarten mit Spielplatz. Und wie gesagt, wir sind hier mitten in Deutschland, mitten in der Rhön. Auch Familientreffen aus ganz Deutschland organisieren wir hier. Und ja, es gibt tausend Gründe hierher zu kommen. Also wir haben 100 Meter Entfernung oben auf dem Ellbogen, da steht Noahs Segel. Eine Plattform, von der man wirklich nach Bayern, nach Thüringen und nach Hessen gucken kann. Für die Kinder gibt es dann noch eine Rutsche, die sie dann auch dauerhaft benutzen können. Und muss man mal gesehen haben, kommt vorbei und guckt euch Noahs Segel an, guckt euch unser Hotel an. Wir sind da. Wir sind da.